Da sind wir wieder mit Klein-Rick und seiner gigantischen Killer-Axt. Juhu! Alles vernichten, alles vernichten, das gibt Lebenspunkte. Raaaaaah! Kann es sein, dass ich die maximale Anzahl an Lebenspunkten erreicht habe? Die Möglichkeit besteht natürlich immer. Ich will mehr! Mehr Lebenspunkte! Mehr! Mehr! Aber... Oh, du kannst sogar Schattgans finden. Hooray! Ah, ich muss in die Kirche, tut mir leid, das ist Sonntag. Oh, ist schon so weit, ja? Ja. Hallo Leute, steigt euch nicht an mir und den Zombies hier. Macht euch weiter. Potschein. Komm wir durch, einen Augenblick. Heiß und, heiß und, äh, Dingern, heiß und dampfen oder so. Nee, heiß und fettig. Jetzt kommt übrigens wieder ein Boss. Oh mein Gott, ich mag dich nicht. Ehh. Nein, eben nicht. Ehh. Was ist das denn wieder für'n Scheiss? Hilfe! Hilfe! Achso, in dem Fall muss ich natürlich auch den Boss fertig machen. Diesen Steinbrück? Ja. Nicht die Kledermäuse. Warum ist der Steinbock der Böse? Ich versteh das nicht. Oh yeah. Soll er gut sein. Weiß ich nicht, er sieht nett aus. Meinst du nur, weil er so ein bisschen neonmäßig leuchtet, ja? Ja. Ist das immer noch nicht das Ende? Mein Gott. Keine Sorge, du bist ja schon auf dem Weg zum letzten Boss. Aua. Letzter Boss, ahoy. Letzter Boss, ahoy. So von dieser Station. Verdammt. Ja. Naja. Ich werde aber übrigens auch keine Süßigkeiten essen, die aus dem Müller kommen. Oh mein Gott. Ja. Das ist cool. Kann ich jetzt irgendwie nicht anders beschreiben? Das ist cool. Das ist halt die Fliege. Ganz klassisch. Warum kann die komischen Mutantendinger spawnen hier auch noch? ab ja und er wird irgendwann runterkommen und versuchen dich zu killen genau ja ich kann nicht gegen seine komische Fliegenkompagnen tun das nervt richtig bis zufrieden außerdem müssen Fliege ich habe eine Axt du solltest sterben ja ein paar Treffen tut er doch auch wie viel 3 4 4 ok siehste Hooray 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 Auf zu dem Diamond Lake ich will da rein ok das ist ein schlechter Drogentrip aaaah ich glaube das ist eins der geheimen Level wuhuuu die Möglichkeit besteht dann gibt es ja auch die Kristallkuchen und ich habe leider keinen Walkthrough zu diesem Level ach das habe ich mal DJ KR 87 rausgesucht wie sie diese Dinger heißen hab es wieder vergessen äh äh ah hier und dann hier und dann hier hoch und dann mal höher und dann hier und dann hier und Drogentrip sowieso und dann hier und hier und dann BÄM äh das geht immer noch höher Hamburger Hamburger ja das ist schön abgefahren definitiv ok ok ha 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 oh mein Gott ich glaube der wollte dir Sake servieren ja ja aber ich habe sie lieber zerschnibbelt ja herrlich passiert aber nochmal was ja sieht sie sich jetzt mal aus oder so das wärs doch äh äh hab ich konnte ich gerade hab ich gerade gefurzt hab ich gerade gefurzt weiss ich nicht I will give you crystal ball I will give you crystal ball ich bin begeistert ja ich bin begeistert Diamond Lake hat übrigens nur einen Boss das find ich schön das ist sehr angenehm das ist mal und der danach folgender hat auch nur einen Boss wenn ich das gar nicht sehe ah ich hab die Schrottflitter das sieht jetzt naja mehr aus wie die Steinstoffpistolen oder so aber dieser Ricky hat's echt drauf ich meine anstelle äh ein Boot zu nehmen und siehst du das auch ja ja abgefahren anstelle ein Boot zu nehmen ja anstelle ein Boot zu nehmen schwimmt er durch diesen See er trifft ja auch auf keinen Riesenkrachdick ach selbst wenn das würde dieser Mini-Rick hier locker wegstecken what the fuck was ist das ja oh das Ding hat ja richtig Rückstoß ja ah ok jetzt muss ich eben wieder auf meine Akte zurückgreifen schnüppel oh könnte Zeit für den Boss sein ja hi nein dann ist das nicht der Boss ah 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 kann ich die schnüppeln nein kann ich nicht nein kannst die übrigens nicht töten ja das kommt mir jetzt ein dick spät hm was zum Teufel ah hätte ich überspringen müssen ok gut seh ich ein ich war ein ungezogener Junge ich esse immer meinen Pudding auf ah und jetzt kommt Boss Shadow geh ich nicht weiter ne ok oh mein Gott er hat eine Gabel in der Hand ja und Messer muss ich den treffen ähm ja ja er hat eine Sache mein Gott ach das funktioniert auch nur so 4x äh 4x 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 ja und jedes Mal wenn der Monitor aufblitzt zeigt dir das an ey das war ein Treffer was die YouTube macht aber das waren schon 6x hm 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 wir sollten den Walkthrough korrigieren ja definitiv hui das ist Diamond Camp gespürzt aus ja sop ja jetzt hast du natürlich ein anderes Passwort als ich hier im Walkthrough habe weil du hast ja schon ein Kristall gefunden aber macht ja nichts funktioniert ja what the fuck ja ja du wirst so gut im Nachhinein mit deinem Aaaaaaah angegriffen ich hab mich mal mua angegriffen ja von ähm Stachelkugeln angeblich ich hab noch keine Ahnung wie ich mir das vorstellen soll aber hey das klingt lustig ok ich sagte mit Geschirr wirft man nichts durch die Gegend meine Hütte ja ok hm ach naja Aua Aua jetzt verstehe ich es genau die Dinger greifen dich mit einem A an ah das soll der Schreiter stellen ne ja genau ah verstehe das ist geschickt eingefädelt oh ja 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 ok dann kann ich durchbauen ich bin dann nach rechts und Tür und so und dann kommt Endboss wenn ich das doch überlebe irgendwie stelle ich mich hier gerade schimpel dann Aua ja du musst doch nicht in jede Stachen rein springen also doch muss ich die sind so verfügbarisch also die sind die das große Schleibchen drin ne ja wow du kannst sogar Bäume fällen hey ein Bonbon in Bonbon ein Bonbon ein Bonbon ein Bonbon dann jetzt der Boss ja viel Energie das sollte doch zu machen sein oh mein Gott ja hier steht du musst ihn 8 mal treffen ok bleiben die? Nein bleiben sie nicht zum Glück ja na doch ist machbar na siehste das funktioniert doch wenn es denn bei den 8 mal bleibt scheinbar what the fuck ach so haha Kinder 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 Na ja es hat mir immerhin ein Werwolf auf die Hals gejagt es war der Werwolf ja oder so schlimm genug Hamburger ja Hell House Hill sieht doch hübsch aus ähm ja Stage 6 im Übrigen und ähm wenn ich das richtig lese kein Boss kein Boss aha aha oh und äh ganz groß geschrieben steht hier also wäre wichtig Don't fall down any of the holes okay wie auch drauf zu sprechen klingt wichtig ja äh falls du das doch tust musst du den kompletten Hügel nochmal neu aufklettern also wahrscheinlich die Stage schon vorne anfangen ach so na gut das klingt ein bisschen nervig ja naja bisher funktioniert es ja hm 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 richtig Au, au, au. Au, 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 au! Ach man, das war jetzt aber gemein. GEMEIN! Ja, kein Boss in dieser Stage, dafür zwei in der nächsten, und dann wär's das auch theoretisch gewesen. Hm. Klingt machbar. Das sieht so aus, als hätte es die nächste Stage im Übrigen erreicht. Ja, ne? Höllenhaus, eine Dingensgruppierung von uns dann. Die Story wird bald vollständig sein. Uh, schön. Tja. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir noch irgendwo den zweiten Kristallball finden, oder ob das dann macht. Ja, ansonsten muss ich das irgendwann mal nachreichen. Wuppala. Ja, definitiv. Hey, 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 hey! 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 Okay, das sah jetzt noch wenigstens Death aus. Oh, nein, doch nicht. Hm. Hm? Hm? What the fuck? Oh, what? Au! Äh... Soll das der Boss sein? Ja. Okay, jetzt kommen wir zu Gegner-Recycling. Auch nicht übel. Ich wollte, dass Kaugummi... äh, Kaugummi sag ich schon. Bonbon haben. Bonbon. Also wir bekommen auf jeden Fall... Wo hab ich's denn jetzt? Verdammt. Ah, hm, 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 hm. Ich wollte was gesagt haben. Verdammt, vergiss es. Also wir bekommen irgendwas. Ja, ich hatte eben irgendwas über das Ending gelesen. Okay. 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 Ah, ja. Einen kurzen Schnitt. Einen Moment. Ah, ja. Einen Moment.